Nein, jetzt nicht. Du verstehst es einfach nicht. Cesario hat mich als Guardian zu dir geschickt und so jemanden schickt man einfach nicht einfach mal als Versöhnungspräsent nach irgendeiner hergelaufenden Söldnerin. Aber natürlich... Der Meridian dieses Kontinents hat anscheinend ein Großes mit dir vor. Es steht etwas ganz Besonderes kurz bevor. Wenn du mich unbedingt begleiten möchtest, ein bisschen glückliche Unterstützung kann ja nie schaden. Ich bin übrigens Jenny. Eingenehm, Don Kratos. Ich bin zwar nicht besonders stark, aber meine magischen Fähigkeiten sind nicht von schlechten Eltern. Dann lass uns los, ich muss für mich und Werkzeug sich besorgen. Auf zum Atem! Was? Ja, das kann ja weiter werden. Was zur Hölle sammeln wir da ein? Das ist auf jeden Fall kein Geld. Aber was ist es dann? Ich verstehe nicht. Der zeigt sich doch einfach den Weg an. Was? Was war das gerade? Präventivschlag. Haben wir irgendeine Technik? Nein, haben wir nicht. Also einfach Angriff auf den Baumstumpf. Huch! Sie greift ja zweimal an. So, Zauber. Kleine Heilung. Aquaschnitte. Scharfe Wasserspitzen gegen alle. Gehschaden 50. Kraftklipper. Steigt den angefallen als Gruppenmitglied. So ein paar Zerschleierungen. Steigt die Defensive. Okay. Machen wir mal das. Wow. Das war ausreichend. Der Sieg ist dein. Und sie. Also Janine fängt einfach mal an zu tanzen. Sie ist legit. Ektoplasma gefunden. Und nochmal Ektoplasma. Und Holz. Holz. Okay, das heißt, wir können jetzt zurück und die Viecher schnetzeln. Ja, können wir. Ich finde dieses Geräusch am Anfang extrem seltsam. Gut. Ich werde mal mit dem Glas hier anfangen. So. Mal gucken, was sein normaler Angriff so kann. 17. Yay. Ohrfeige. Hey. Etwas safe, Zapp. Ich habe jetzt ja nicht. Das geht doch so nicht. Und du tötest noch ihn. Genau. Dann haben wir das. Der Sieg ist wiederum. 70 Erfahrungen. Und Ektoplasma. Und Ektoplasma. Und Gras. Und Gras. Und Gras. Jetzt erstmal gemütlich eine rauchen gehen, oder was? So. Mal gucken, ob wir jetzt auch die Viecher alle kämpfen. Ja, können wir. Na, dann legen wir mal los. Oh Gott. Kämpfe um dein Leben. Ja. Das ist gut gesagt. Na, dich hier bitte. So. Bei so vielen kannst du gern hier mal den Akra-Schnitter machen. Loll. Dieses Vieh ist OP. Overpowered. Was auch immer. Heilbären, Heilbären. Zweimal Ektoplasma und zweimal Gras. Na gut. Kann das Ektoplasma irgendwie... Also Feuer... Na, Moment. Was haben wir hier gefunden? Gras. Normales Gras. Heilbären. Heilbären. Was ist eigentlich ein Schwert, wenn sie kein Schwert hat? Das wissen wir nicht so genau. So. Damit wärst du weg. Du greifst einfach mal. Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich Mana sparen. Na komm. Wir können uns ja jede Zeit ins Bett legen. Außerdem sind wir am Anfang anscheinend stark genug mit dem vielen Leben, das wir haben. So. Und zack. Zack. Du greifst nochmal ihn an. Er hat ihn verfehlt. Nein. Na los. Was auch immer dieses Ding darstellen soll. Dann wäre das auch geregelt. Der Sieg ist da in 70 Erfahrungspunkte und Ektoplasma gefunden. Und nochmal Ektoplasma und Holz und Gras und nochmal Gras. Oh Gott. Wir werden zu Drogenjunkies, siehst du, komm. Ah, jetzt geht es. Hier gibt es nichts mehr. Gut. So. Die Steuerung ist immer ein bisschen schwer mit dem Gamepad. Man läuft einfach mal versehentlich in eine andere Richtung noch. Au. Ist ja nicht schlimm in diesem Spiel. Ich muss ja nicht balancieren oder sonst was. Ich habe kein Schwert. Warum zückst du dein Schwert? Huch. Hör auf, dich hinter Gräsern und Stümpfen zu verstecken und kämpfen. Na dann legen wir mal hier das Gras und zack. Und du. Ach, Zauber ruhig nochmal. Dieser Zauber ist so OP. Das ist unglaublich. Sind Sie Erfahrung? Ektoplasma nochmal. Hei Ben nochmal. Holz, Gras, 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 Gras. Immer mehr Gras. Ach, wir werden der nächste Dealer werden. Ich sehe es doch, komm. Vielleicht stehen wir am Straßenrand und verkaufen irgendwelchen Globus-Drogen. Ui. Geräusche, wenn man über den Leichen läuft. Loll. Also ich denke jetzt einfach mal, diese gelben Dinger zeigen den Weg an. Später erst muss ich mich zu Hause mit unserem Gast treffen. Okay, anscheinend zeigen sie auch nicht den Weg an. Und die Teile schweben mir einfach rum. Sie tun eigentlich niemandem was und wir greifen sie einfach ein. Komm her, du Schwächling. Ja, das habe ich gerade. Moment. Ich nehme jetzt einfach Eden und Zauber einmal. Und dann sind nämlich schon alle tot. Der Sieg ist da. Yay. Ektoplasma. Und wieder hier. Jenny Level 12 und dann Kotus Level 2. Da wunderschön. Und wieder Geräusche, wenn wir über ihre Knochen treten. So. Hier ist nochmal ein Speicherstein. Ja, ich möchte speichern. Stop 3, bitte. Also ich mag das jetzt das Kampfsystem. Ich mag die Welt an sich. Ich mag das. Das Mapping ist völlig legitim. Ist völlig okay. Und die Story beziehungsweise die Ideen an sich gefallen mir sehr gut. Kämpfe im Leben. Kommt nur her, Schwächlinge. Blam, blam, blam. Und. Ach, sind wir recht schwer. Hier. Das richtige Ziel zu finden. Verdammt, erst nicht tot. Ansonsten. Verdammt, wir hätten vom Büschen angegessen. Na los, ein bisschen schneller. Nein. Ach, verdammt, du sollst auch nicht knapp werden. Ach, da mach ich das einfach mal kurz zu. Blum. Sehr gut. Okay. Ektoplasma, Ektoplasma, Heilbeeren, Heilbeeren und Gras. Und Holz. Okay. Ich werde jetzt erst mal unten hingehen, weil da ein Haus ist. Vielleicht kann ich da kurz schlafen, um die MP und HP wieder aufzufüllen. Ja, das zeigt, glaube ich, definitiv den Weg an. Na, keine Sorge, ich mache es später fertig. So, was gibt es denn hier Schönes? Hier können wir nichts aufsammeln, da hinten, allerdings ist eine Trüe. Ich mag die Soundeffekte. Arzblume erhalten. Was macht denn ein Null-Meridian hier? Egal, nehmen wir ihn mit. Gesario Null-Meridian gefunden. Was auch immer das sein mag. So, ich schlafe erst mal. Ja, ich möchte schlafen. Die Leute werden sich auch gar nicht fragen, was tut diese Frau in meinem Bett? Was zur Hölle soll ich für dieses Bild... Ich sage dazu nichts, aber ich finde es schön. Ich sage dazu aber weiter nichts. Ach ja. Ich mag das Bild trotzdem. Ein guter Schlaf kuriert alle Wunden aus. Alle HP und MP wurden aufgefüllt. Ist es eigentlich immer dasselbe Bild, wenn wir schlafen? Und, ja, anscheinend. Lasst mich noch einmal ausprobieren. Vielleicht, wenn wir in einem anderen Bett liegen. Oh, wieder ein Sack. Klau, was? Lichtstaub. Ah, Lichtstaub behalten. Wenn wir in einem anderen Bett schlafen. Ja, ja, okay. Ist immer dasselbe. Sehr gut. Okay. Oh, hallo Jenny. Du bist sicher wegen der Milch hier, oder? Genau, wir erwarten heute Abend Besuch. Hier hast du eine leere Flasche. Die andere müsste im Küchenschrank sein. Leere Flasche gefunden. Und hier liegt anscheinend nichts auf dem Boden. Sehr gut. Okay. Dort geht es längst weiter. Also schauen wir uns da mal um. Beziehungsweise gehen wir hier mal nach unten. Okay, hier ist die Küche. Was bist du? Oh, ja, ja. Meine Wenigkeit ist für alles nutzlosig und doch interessante Zustände, welches sich so auf dem Kontinent Gisario ereignet. Gerüchte. Da gibt es gleich mehrere. Von welchem Gerüchte darf ich dir berichten? Spuk in der Totenöle. Wir wollten dich dorthin einwachsen, dass du schon ein bisschen trainiert haben. Angeblich treiben sich dort zwei üble Gestalten herum. Eine von ihnen soll vermutlich auf Blitzpultor äußerst empfindlich reagieren. Morrigans Rätselkeller Es wird erzählt, dass Morrigan aus der Furchtform Mea... Äh... Maeve... Maeve oder was auch immer unter einer Bande einen Rätselkeller bauen ließ, um ungestört seine Backrezepte auszuprobieren. Die Baumeister dieses Kerkers dürften sich noch für die verletzte Inspektion in den Morrigans Haus aufhalten. Deinem Freund dürften die Herren wohl ebenfalls bekannt sein. Na, das kann ja heiter werden. Trünniger Söldner So viel ist sicher. Sie haben sich von der örtlichen Söldner-Gilding-Kabin Al-Holla abgespalten und verstecken sich größtenteils nun in Palmenhain. Ein Gang durch diese Gefilde ist somit lebensgefährlich. Ein Mann namens Kanaris soll übrigens für Gerüchten zufolge einem Kabinenfisch zum Opfer gefallen sein. Ich will eigentlich selber nicht so genau wissen, was da vor sich geht. Nichts. Na dann. Gefährliche Gegner. Das sind leider gleich mehr. Zu welchen brauchst du ein paar Infos? Sensenmantis. Ein übeles Viech, welches sich einmal im Bienenwäldchen südlich von hier herumtreibt. Ich empfehle dir dringend den Einsatz von Feuerballen. Sowas verträgt er überhaupt nicht. Maebe, Tekla und Kakashi. Was? Sensei Kakashi? Ist das you? Üblig gesehen und dann auch noch zu dritt. Rüste deine Kralle und deine Rüstung Feuer auf und versuche es mit zuständig zustandsverändernden Items. Zauber bringen dir höchstens einen Standardschaden. Ozeanratel. Ein sehr angriffsstarkes Biest. Treibt sich hauptsächlich in Palmenhain herum und reagiert. Lass mich raten auf Blitzpuder, Elektrizität. Ja, besonders empfindlich. Falls dir das helfen mag. So. Dann der dritte Punkt. Gesario. Wenn ich dich mit meiner Anekdoten erschlage, möchte ich lieber genau wissen, was du hören willst. Wie ist die Lage? Die Lage in Karbin Al-Hula. Ihr Anwalt, ihr Soldaten, hohe Arbeitslosigkeit, ein korrupter Bürger, weißt du, so lässt er sich am ehesten beschreiben. Wenn der Tourismus nicht wäre, diese Stadt wäre längst... Was? Wenn der Tourismus nicht wäre, diese Stadt wäre längst in der Bedeutungslosigkeit versunken. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Der Platz des Meridians. Dort kannst du unter anderem deinen Namenspatronen dieses Kontinents treffen. Er hält zumindest... Den Namenspatronen dieses Kontinents treffen. Er hält zusammen mit den anderen sechs Meridianen eine telepathische Konferenz ab. Du wirst wohl leider auch nicht erfahren können, was sie dieses Mal planen. Zins Strand. Sinn ist ein schwarzmares Zugrissnager und schon seit längerer Zeit verschollen. Manche sagen, dass er tot sei. Andere wiederum sah ihn auf Isla Mondena, auf dem Feuerberg. Sehr merkwürdig, das Ganze. Naja, nichts. Und dann wieder nichts. Mal gucken. Wir scheinen jetzt hier in der Küche zu sein. Lauch, Salami, Äpfel, alles mögliche hier. Na los. Gibt es hier sonst nichts Interessantes? Ah, hier ist wahrscheinlich die zweite leere Flasche. Ah. Leere Flasche gefunden. So, jetzt müssen wir nur noch eine Kuh, beziehungsweise mehr, nicht finden. Da ist wieder die alte Dame. Da ist wieder ein alter Mann. Und da drüben wieder so eine seltsame Pflanze. Und dazu noch jede Menge Schwerter und alles mögliche. Und Rüstung. Ah, und ich will es haben. G opportune. Das klappt.